Mit dabei in diesem Jahr die Beute und Bevorster Grüße. Es sind dabei die Kölzen Höfferts. Ja, es gibt die Höfferts-Team, hast du dir irgendwas angereitet? Dann haben wir die... Oh, wirst du mal schlecht lesen. Den Rüsseldachs, wüsstest du das sein? Die Vipolls. Die Kölschmiede-Wiking. Die Kölschmiede-Wiking und das Rennenberger Stock-Café. Das sind die Teams, die gemeldet sind hier für das Sprungteamseer-Event in diesem Jahr. Und ja, ich bin noch runter zu euch. Wir haben das Tor schon ausgebreitet. Und wir schauen mal auf, wie es die Tagung hier am Röntgeneral in Habe. Und was haben wir heute ein bisschen im Saal? Feuer, die tiefste Missionare, es ist die erste Runde. Und das ist ja auch ein bisschen ruhig, dass wir auf dem Saal haben. Aber wir haben die ersten Tage, wir müssen hier wieder in Deutschland. Deswegen brauchen wir auf der linken Seite die Tremeläger. Die Tremeläger auf der linken Seite. Ich würde mal gespannt werden, als die Tremeläger hier die Stattung hat. Und auch der nächste Seite, die Wolle-Forster-Füchse. Ja, das ist ja schon mal die Pravon. Die Tremeläger gegen die Böge-Forster-Füchse. Das ist die erste Fahrung. Und die Tremeläger sind schon mal wieder. Mütze, Teamchef, ist schon mal vor Ort. Die Böge-Forster-Füchse, noch bis zumal da. Die erste Fahrung am Röntgeneral. Es geht los. Mütze, testet schon mal das Haus. Und wir müssen schauen, wie die Wolle hier ist. Die Tremeläger, wo wir hier in der Rücke, in die Wolle, vor den Wurlosen. Komm mal, ist sie wieder? Komm mal rüber. Tremeläger aus für die Woll, komm her. Komm zu mir, das ist schon Tradition, dass du das wieder gehalten hast. Jetzt sind wir einfach mal angefangen. Gute Transonen, wollen wir beide halten. Die Böge-Mäuse stellen hier den Aufmerksamkeit. Oder kommt sie? Eine 10er Applaus für die Wolle-Füchse. Sie finden uns das Ganze. So, da haben wir das rote Böge. Die Wolle ist da, es gibt nichts passiert. Ja, was ist das für die Wolle-Füchse? Die sind wir hier für das Team aufs Bier. Und wir haben uns noch mal ein Fugenteam aus dem Bier. Der Aufmerksamkeit ist da. Für die Wolle-Füchse, meine Leute. Also, die Wolle-Füchse, meine Leute. Da willst du mal einen Wolle an? Da willst du mal einen Wolle an? Hey, die Wolle-Füchse, meine Leute. Und verschickt kein Eck nur die Wolle-Füchse. Er wird es wirklich nicht. Also, wo haben wir die Wolle-Füchse? Ja, die Tremeläger wollen wir für die Wolle-Füchse. Jetzt noch mal, ja? Ich weiß nicht, ob er überhaupt hier ist. Der Spitzenwort hier. Vor der Trainer, ja? Ja, ich bin mal ein Strafverträger wieder auflaufen. Wie ein Löffel. Seid ihr zum Zweifel bisher? Also, das ging ja gut los. Das ging ja gut los. Dauert noch ein Problem. Also, was ist das ein? Das ist ein Wolle-Füchse. Ja, so kann man das nicht so gut los. Da haben wir die Wolle, die ist ein Wolle-Füchse, meine Leute. Hier ist das Wolle-Füchse. Da ist das Wolle-Füchse. Da ist das Wolle-Füchse. Da ist das Wolle-Füchse. Ja, das ist das Wolle-Füchse. Da ist das Wolle-Füchse. Da ist das Wolle-Füchse. Dauert noch ein bisschen, und dann hat man ja auch fittert. Das war's für heute. Ja, was machen wir? Was machen wir? Willste, ist ja ein... Oder... Das ist nicht so. Alles so. Mein Name. Witz! Was ist mir denn die Witz von der Witz? Okay, also. Sie haben uns jetzt mal geholt. Wir waren die stetsche Schokoladei. Das Rednerkuchen von Rituala. Witz! 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 Und mein Mann ist dabei. Und jetzt haben wir alle zusammen zugebracht. Willst du sie anfreunden? Willst du sie anfreunden? Sie! Alles klar! Alles klar! Was wir aufgeben, das öppeste Schocker-Kriege, das öppeste Schocker-Kriege, die Fliegerinnen. Wer Bauchselement für sie macht, sie nehmen die Flieger-Kriege, größeren Sie das März! Hm? Deine 충분! Deiner Sie Шve Kaito. Das sehr! Jetzt bleibt nur noch Timo Sevilla, oder? Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.